Hallo Leute, heute spielen wir The Walking Dead Saison 2, alter Schwede, Walking Dead 2, also laufende Tode 2. Leute, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, wie die Geschichte weiter läuft, meine Güte, also das ist richtig geil, ich glaube wir können schon damit anfangen. Ich habe vorher mit der Einstellung schon eingestellt, 1.902 bis 1.80, weil durch die Verzögerung, durch eine Aufnahme kann bei der Filmora echt Probleme geben. Also immer vorher nachtesten und gucken, bevor man Audio oder OBS Einstellung einnimmt. Wir gehen gleich mal kurz in die Audio-Grafik und machen ein bisschen laut, Hauptlaut, Musiklautstärke. Ähm, naja, ich meinte die Musiklautstärke, Hauptlautstärke. Naja, so ist es besser. Ähm, gut, ähm, Gaming-Grafik. Oh, seht ihr? Habe ich gerade eingestellt. So muss es sein. Gut Leute, ich glaube... Naja, fortfahren werden wir nicht. So ein Neustart, ja. Weil ich habe nachgedacht, ja, zurückspüren. Muss man. Damit ihr wisst, worum es hier geht. Naja, wir nehmen das hier. Naja, überschreiben einfach. Ben. Ja, es gibt ein Problem. Ich habe meine Episode Saison 1 leider nicht auf dem Spiel gespeichert. Weil, ähm, es kommen Folgen, die ich nicht gespielt habe. Nur zur Sicherheit. Also, es wird angezeigt, er wird keinen Ordner finden auf der Saison 1. Seht ihr? Er kann nicht finden. Das heißt, er wird Geschichten spüren, die nicht von mir stammt. Ich zeig euch ein Beispiel. Ich bin Clementine. Du bist all bei dir selbst durch das? Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du ein Kieler bist. Das hier habe ich dich nicht umgebracht. Das war bei mir nicht passiert. Ich hoffe, du weißt, was du mit ihr machst. Ich habe es geschafft. Molly hat gesagt, Crawford ist das einzige Platz in Savannah, das immer noch Menschen hat. Das heißt, es muss, wo meine Mutter und Vater sind. Okay. Komm, komm. Wir haben die Presse, sehr quiet. Clementine? Clementine! Naja, das war bei jedem passiert. Naja, Amelie. Ich weiß, wie ein Vater, du weißt. Sie werden nicht erklärt, was sie mit dir habe. Sei dir ein Beispiel. Ich habe dich nicht umgebracht. Weil Clem hat mich noch erschotten. Oh nein. Nein, du musst mich schießen, honey. Bitte, nein. Gut, ähm, warten wir. Zusammenarbeit mit Skyboard Entertainment. Okay. Leute, es fängt an. Alter, ich bin aufgeregt, Leute, wirklich. Ich liebe dich. Walking Dead 2. Oh, gleich mal eine Lappe. Alter, guck mal wie süß und erwachsen sie ist. Oh mein Gott, sie ist voll süß. Mädchen sind die Besten mit Lappe. Alter, ich sehe Frauen voll, wirklich. Okay. Omid, du kannst nicht ernst sein. Ich bin. Wir machen das nicht. Warum nicht? Weil... Okay. Warte, ich bin aufgeregt. Was ist mit Omid? Wir nennen nicht unser Baby Omid. Ein von euch ist genug. Warte, mein Ohr. Warte, mein Ohr. Momentan, guter Name. Omid Junior? Nein. Was, wenn es eine Mädchen ist? Dann nennen wir sie Krista. Aber ich bin Krista. Ich will sie nicht nennen Krista. Das ist einfach verwirklich. Also nennen sie Genevieve. Ich weiss nicht. Wie kannst du dich nicht interessieren? Du hast das nicht ernst genommen. Ich nehme alles ernst. Besonders der kleine Omids Zukunft. Du sprichst, wir schlafen heute Abend. Hm. Was du dir, äh... du bist eine Frau Toilette, oder ihr acne? Ich hab' den Mann Toilette. Ich hätte das nicht krise sein. Ich hätte sie nicht erwähnt. Aber klopp dich, damit wir abhängen. Wir sind nach nächsten Punkt. Okay. Dann bin ich dein Meinung nach kurz. Also, komm ich am ein Toiletten… der Frau Toilette, oder mich am Männer Toiletten? Ich habe einfach so kurz in da. Auf'r'r'r'r'r'r'r'r'r'. Ich würde mich nicht so loszulernen. hallo okay ich mach ein bisschen lauter durch die klemmteilen und so weiter warte option option audio und grafik war komplett machen wir dazu auch hallo hallo ok warte hier option audio und grafik wir testen erst mal wir testen ja, warte kurz ich bin ein bisschen lauter redet da ist besser wirklich nur noch weiter mit der abgabend mit können klären kann spielen klären als Spieler gut, niemand ist hier ich glaube es ist sicher, sich zu verleichtern Nein, oder? Schade. Wie sind die denn abgestellt? Ich verstehe irgendwie nicht. Leider bleibt das Wasser zu lange abgedorben. Na, jetzt ist viel schöner, sagen wir. Oh nein, was soll ich denn abgeben? Gut, bevor wir reingehen, gucken wir mal kurz. Sieht niemand. Okay, ich glaube, sie war auf dieser Tür, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Nach vorne. Dann heben wir und gucken wir weiter. Ja. Oh Gott, wer ist da? Oh je, da ist niemand. Aber wer ist das? Hört ihr das? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Also, das zumindest nicht. Das ist sogar die Toilette schützt jetzt auch. Aber Claire muss leichter sein. Oh Gott, okay. Sie kommt genau um uns zu. Die Edith, sie sieht ihn. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Geh aus da. Du bist nicht fooling mich. Wer bist du? Nöne von dir. Bist du? Bist du mich? Bist du mich? Nur wenn du du bist. Geh aus hier. Du hast irgendwas auf dich? Komm schon, wir sehen. Nein, das ist alles, ich habe. Das ist es? Wie hast du es so lange gemacht? Ich bin ernst, was hast du noch? Das ist es. Don't lieb mir, ich habe dich. Gib mir was du hast. Ich habe nichts. Gib mir das Hatt. Nein. Wo hast du es? Ich habe dich eine Frage. Mein Vater hat es mir. Just gib es mir. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Oh nein, Omit, tu das nicht. Weh, er macht, er macht ganz du nicht. Er hätte das nicht machen sollen. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bowser. Oh nein. Ich habe mich nicht geschützt. Jetzt ist er rausch. Na super. Bravo. Gut gemacht. Ein guter Mensch umgebracht. Ja. Ich will nicht wissen, dass er Christa da jetzt macht. Wenn ihr das seht... Alter, das wird die wachend mit der Hölle heiß. Die macht die in der Hölle heiß, wirklich. Oh mein Gott. Dein Mann ist tot. Oh. Guck mal, genau das meinte ich. Sie hat ebenfalls gepickt wie der andere. Das mit Omi tut mir schrecklich leid, wirklich. Er hat das nicht verdient. Er hat wirklich verdient. Oh ne, oh ne. Warte, was sollen wir machen, wie es rauscht? Ey, tot. Was kommt man davon, wenn man unvollständig ist? Ich bin nicht sicher, ob das richtig mag, aber wenn das wirklich falsch wird, werde ich sowas nicht mehr trinken, weil all was mit Drogen zu tun hat werde ich fernhalten, eben schon. Aber egal, das ist unwahrscheinlich. Ich trinke kein Alkohol, bitte. Ich will ein ganz sauberer Mensch sein. Also was heißt sauber? Ein normales Leben führen. Hatte ich schon ihr Kind? Sie sieht schon dünn aus. Hatte ihr Baby schon raus? Gut. 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 Schade, ein guter Mensch aus dem Mist. Oh man, warum haben sie das getan, Alter? Er ist überliebt. Wie der Tisch liegt, wird es dort besser sein? Es wird besser sein, nicht wahr? Es ist sicher, vielleicht. Aber ich weiß nicht. Es muss sein. Ich weiß, es wird. Wir sehen uns. Wir müssen einfach nach vorne gehen. Wir müssen nach vorne gehen. Hi, Miss Lee. Ich bin sicher, dass du auch. Ja, ich auch. Leute, wirklich. Alter, ich kriege Kränen. Warte ein, Herr Joon, einfach nicht. Das hätte nicht nötig sein, wirklich. Alles passiert. Wir müssen weiter. Weiter im Feuerzeug. Wie war das Beispiel? Ich werde das auf keinen Fall verbringen. Ich werde niemals Personen, die erkennt. Niemals. Erinnerungsbilder, den Erinnerungsbilder. Gut. Ah ja. Kenny, Katja und Dack. Okay. Na ja. Oh Mann. Leute, tut mir leid, aber... Ja, jetzt ist schwer zu spielen, weil... die das Schauspieler da mitgemacht haben, Leute. Leute, wirklich tut mir leid, aber... es ist ja... schwer so anzuspielen. Wer Walking Dead kennt, der weiß warum. Naja, Walking Dead 1 war viel los. Ähm, natürlich... Äh, nein, nein. Auf keinen Fall, äh... Ja, Feuerzeug. Es ist gut. O, okay. Ja. Es ist gut. Aber noch nicht genug. Die Fl Schuld sind zu tief. Steine, Nummer Schild wird das eh nicht halten Und das wird nicht sterben Das wird nie sterben, es ist zu weh Die Flames sind hoch Das könnte brennen Das könnte brennen Das wird immer Baumstoffmolle ist genau das gleiche Und heute natürlich Die Flames sind schuldig Okay, immer schtipp da nicht Die Wüte Ruhe Die Leute sind gefährlich. Die Leute sind gefährlich. Okay, das wird kompliziert. Wir wollen es noch, oder? Ja. Ah! Let's go you little bitch! Ah! 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 Ist das ein Pädoy oder was war los mit dir? Jesus! Are you fucking kidding me?! Was mit dem? Oh god, okay, du musst immer kommen mit dir, doch. You're on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! We are able to do it! We are able to do it! Yes, I like him. We are able to do it! Oh! Oh! Es sind zu viele! Ich lass das bitte auch nicht helfen! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Ich hoffe, dass du überliebt hast! Der arme Kusta! Ja, ja! Gespeichert, gut! Wenn ich das Spiel speichert automatisch für das nächste Folge, dann bin ich schon. Ah! Ah, Clem! Die arme! Er hat viel durchgemacht! Ah! 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 Hallo? Daumen nach oben halten, Glocke aktivieren und vergiss nicht zu kommentieren, hier geht es was. Und ja, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017